Hallo, mein Name ist Carsten Kublitz und ich möchte dich heute mit der Königsdisziplin der modernen und alternativen Kapitalanlage bekannt machen. Es geht um mobile Sachwerte und mobile Sachwerte sind Edelmetalle wie zum Beispiel Gold, Silber, Platin und Palladium. Und Gold ist die älteste Währung der Welt und mit dem musst du dich unbedingt beschäftigen. Denn eine Unse, das ist jetzt keine Unse, das sind jetzt 50 Gramm, aber eine Unse, 31,1 Gramm, sind heute aktuell 1667 Euro wert. Und vor 20 Jahren war diese eine Unse 300 Euro wert. Wer da gekauft hat, hat Jahr für Jahr fast 10% Netto-Rendite gemacht, steuerfrei. Und was noch viel wichtiger ist, allerhöchste Sicherheit gegen Inflation und Wertverlust. Und zusätzlich sogar noch Anonymität. Und mit dem musst du dich unbedingt beschäftigen. Erst recht in der heutigen Zeit, wo es immer schwieriger wird, Vermögen aufzubauen und dieses auch zu behalten und die Kaufkraft zu erhalten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich befürchte, dass das ungedeckte Papiergeld immer mehr an Kaufkraft einbüßt. Wir haben seit Jahren eine Niedrigzinsphase und du bekommst wesentlich weniger Zinsen, als die Inflation hoch ist. Auf sogenannte Papiergeldanlagen wie Sparbuch, Bausparvertrag, Lebensversicherung, Rentenversicherung und so weiter. Wie willst du da mit diesen Anlagen noch Vermögen aufbauen, wo immer mehr Lebensversicherer wackeln und immer mehr Probleme bekommen werden? Wo auch die Banken die letzte Krise noch lange nicht überwunden hatten und jetzt seit Corona gar in eine regelrechte Gelddruck-Orie verfallen sind und dadurch langfristig noch viel mehr Probleme bekommen werden? Es werden Unmengen an Geld in den Markt gepumpt und das weltweit. Wir befinden uns in einem unfassbaren Verschuldensszenario. Aufgrund der Zinsen und Zinseszinsen, die ja nun einmal auf Schulden bezahlt werden müssen, und da rede ich noch gar nicht von der Tilgung der Schulden, wird es immer wahrscheinlicher, dass der Finanzmarkt und damit die Währung der Euro irgendwann sehr wahrscheinlich kollabieren wird und es damit zu einer Währungsreform kommt. Frag dich doch einmal, wo siehst du den Euro in 10 Jahren? Die Frage ist, welche Anlagen sind im Falle eines Crashs besonders hart betroffen und sogar mit Totalverlust bedroht? Zum Beispiel Sparbücher, Lebens- und Rentenversicherung, Riester, Rüroop, Bausparverträge, Tagesgelder, Gelder auf Konten und so weiter. Eine Alternative zu all diesen Anlagen ist auf jeden Fall Gold. Beschäftige dich unbedingt jetzt damit und tausche einen Teil deiner Geldwerte in Gold. Wenn du Vermögen aufbauen willst, krisensicher aufbauen willst oder dein Vermögen und dein Vermögen schützen willst, dann kommst du an diesem Thema einfach nicht vorbei. Alan Greenspan hat schon gesagt, wer Verstand hat, kauf jetzt Gold. Beschäftige dich jetzt mit diesem Thema und du wirst goldene Zeiten vor dir haben. Nimm Kontakt mit mir auf, schreib mir oder ruf mich an. Goldene Zeiten für dich.